Die andere Baustelle, die Sie haben, ist Stuttgart 21. Da gibt es ja einen Schlichterspruch. Werden Sie sich denn nun daran halten oder vielleicht sogar den ungeliebten Bahnhof bauen? Ja, ich meine, der Schlichterspruch stammt ja so gut wie zu 95 Prozent von uns. Jetzt wird ein Stresstest gemacht, ob dieser versprochene Bahnhof überhaupt funktioniert. Und dann wird es eine neue Debatte geben, denn ohne erhebliche Nachbesserung von etwa einer halben Milliarde ist er gar nicht funktionsfähig zu machen mit den Anforderungen, die an ihn gestellt sind. Und dann sehen wir weiter und am Schluss kann durchaus ein Volksentscheid stehen.